Hallo und herzlich willkommen zu diesem Informationsvideo Ich bin mit dem Philipp von Philips zusammen auf der Dreamhack in Leipzig Und zwar geht die Dreamhack ja von Freitag bis Sonntag Wir werden da wahrscheinlich am Samstag sein Und da gibt es auch ein bisschen Videomaterial Bis dahin kommt erstmal ein normaler Wochenplan Jeden Tag eine Minecraft Folge, jeden Tag Transport Fever Jetzt kommt immer mal ein bisschen Einen kleinen Wetterupdate von mir Was natürlich ein bisschen in der Vergangenheit liegt Aber die letzten Tage sind bei uns sehr viel Schneemassen gefallen Das heißt sehr viel sind insgesamt glaube ich dann knapp 20 cm geworden Ist für die Jahreszeit mal gut, weil es hat sehr lange mal nicht geschneit Aber das ist jetzt nicht das Thema Jedenfalls Dreamhack am Samstag Ich und Philipp zusammen Dort auf der Messe in Leipzig Der Philipp auf Twitter Der tut immer mal so aktuelle News raushauen Wo wir denn gerade sind Und da könnt ihr uns da auch gerne finden Ich freue mich auf jeden Fall schon Und bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß Hier auf dem Kanal könnt ihr ein bisschen rumstöbern Und ja Ciao Ciao Euer Cedric